Statt Pravocka. Oh, Pravocka ist schön. Nein, reingehen! Hallo, du. Hilfe, wir werden tyrannisiert. Ich will nicht helfen. Ich bin ein netter Bürger und will nur einkaufen. Alter, ist der denn für einer? Was sind das für welche? Egal. Wie will man alles denn einkaufen? Potion, älter. Ich hab nicht so viel. Ich will ja, wie willst du erst mal Ausrüstung holen? Schilde, Verteidigung. Oh, was haben wir da? Nein, bringt nichts. Oh, da, Eis. Boah, wie teuer! Lederschild, Lederhandschuhe. Kaufe mal ein Lederschild. Erstmal nur so rösten. Soll ich jetzt erstmal ein bisschen was Besseres haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum kannst nur du so eine Eisenrüstung? Ne, will ich noch nicht haben. Ist mir noch zu teuer. Wir warten nochmal. Ich möchte erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Die Typen machen mir irgendwie Angst. Ne, der steht vorm Inn. Der meint, der wäre ganz clever. Ah, das sieht nach Schwarzmagie aus. Eisnacht. Mum, Gemach. Okay, was haben wir da? Er teilt am Gegner Eisschaden. Versetzt Gegner in den Zustand Dunkel. Steigert den An... Ui! Senkt Angriffszahl aller Gegner. Angriffsanzahl. Also Mum auf jeden Fall. Und Eis auch. Soll jetzt Nacht oder Gemach? Senkt Angriffsanzahl. Also die... Also die, äh... Das Tempo wahrscheinlich. Gemach kenne ich nur aus. Final Fantasy X senkt das Tempo. Das mache ich. Jep, dankeschön. Cool, neue Zauber. Und Rüstung. Hammer! Breitschwert. Kampfaxt. Krummsäbel. Ein Krummsäbel. Zweischneidiges Schwert. Oder Axt. Ja, komm, Breitschwert. Nice. Ihr seid schon optimal gerüstet. Gut. Ich muss aber immer ein Selfset machen. Ah, Weißmagie! Meins. Hallo! Licht. Halt den Zustand Dunkel. Silentium. Die feindliche Magie wird gebannt. Halbiert Blitzschäden. Ausgleichsfähigkeit eines... Okay, das auf jeden Fall. Halt den Zustand Dunkel. Feindliche Magie wird gebannt. Halbiert Blitzschäden. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Halt den Zustand Dunkel und feindliche Magie. Also dann kann er nicht mehr zaubern. Ja, das ist wohl wahrscheinlich besser. Weil Lichter kann man wahrscheinlich gegen Dunkelkamer was kaufen. Oh, eine Kirche. Tschüss. Erstmal ins Innen marschieren. 50 gilt. Alter, er hat nur noch so wenig. Zauber sind so teuer. Und... Ausrüsten ist immer so teuer. Ich finde das nicht gut. Ach ja. We sleep well. Hey, ja. So stehe ich jeden Morgen auch auf. Mal am Dancen. So, was ist denn jetzt hier los? Das ist ja geil. Du kannst ja... Überall speichern. Hehe. Was ist jetzt hier los? Typisch. Dieses verdammte Piratenpark. Sie nehmen uns unser Hab und Gut und verwüsten die ganze Stadt. Also sind die die Schuldigen. Ach, guck. Müssen wir da mal ein bisschen aufräumen. Wahrscheinlich, wa? Erstmal hier rein. Jetzt habe ich noch ein bisschen was, um was zu kaufen. Was kaufe ich denn? Ach, siehste. Hebt Dunkel auf. Ach. Vier Stück, bitte. Phoenixfeder, Antidote. Da habe ich drei Stück. Äther habe ich gar nicht. Ja, will ich runter. Ja, okay. Kommt, kommt zwei Äther. Bis jetzt zufrieden? Wo hast du all mein Geld? Hey, ihr Typis. Was ist hier los? Erstmal mit dem Anführer. Ach, gleich mit dem Anführer hier. Käpt'n Wick. Was? Ach, was? Ihr wollt euch mit Käpt'n Wick erleben? Ihr redet einen Land retten? Macht sich fertig, Männer. Ja, ja, Käpt'n. Wir verarbeiten... Die verarbeiten wir zu Haifisch-Futter. What the fucking hell? Warum sind da zu viele? Äh, äh... Vielleicht ein Gefühl, untubig, ungewissig. Auswendig wie ein S-G-Färten-Steig? Mit Blitzschäden? Ich fand ich mal, die wird gebannt. Ich glaube nicht, dass sie zaubern. Mach mal Gemach hier erstmal. Oh, ein bisschen... Erstmal Angriffsenken. Alter! Machen die schönen Damage. Ha! Ha! Okay, bei einigen hat's funktioniert. Find ich gut. Das heilt ihr sind lang. Ja, die ist doch nicht. Guck mal, hier. Nee. Muss immer drauf achten, dass das jetzt so ist. Magie! Transparen. Ex-Blitz. Brote. Ja. Brauch ich alles nicht. Oh. 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 Puh. Wüssten. Achso. Dann greif mal an. Wumm. Eis. Marschla. Ich will mal Eis sehen. Ja, guck das. Ja, seht ihr? Die oberen beiden sind die schnellsten. Und die... Nice! Und die unteren sind alle langsamer. Also tatsächlich. Cool. Das find ich ja geil. Ha ha ha. Ihr Narren. So, komm her, Captain Vic. Kau dir auf die Fresse. Bei meinem Glasauger. Ich hab genug von der Freibeuterei. Spendig gibt's nur Ärger. Heute werde ich zu einem ehrlichen Bürger. Glaubt mir, nehmt mein Schiff und macht damit, was ihr wollt. Was? LOL. Schiff erhalten? Wo kommen die Leute denn her? Glaubt mir, bla. Irgendwann in der Familie kommt ein großes Piratenehren. Äh. Ich wollte das arg nicht verspreche. Ja, ja, bla bla bla. Jetzt hab ich ein Schiff? Schade, seh ich hier nicht. Haha, geil. Dank euch müssen wir nicht mehr vor den Piraten fürchten. Wir sind darauf irgendwie... Ja, dann gib mir doch was. Bezahlt mich. Macht irgendwas. Jenseits des Meeres wohnen die Elfen. Aber der Elfenprinz soll schon seit langem in einem tiefen Schlaf verfallen sein. Nee, nee, nee. Dank euch müssen wir uns nicht mehr von den Piraten fürchten. Halt die Klappe. Hat dein Zwillingsbruder da oben auch schon gesagt. Einen Hafen gibt es im Norden meines Wissens nicht. Und ich weiß, dass Schiffe nur in Häfen anlegen können. Ach, du bist ja ganz ein Cleverer. Meine Güte. In den Sprachboxen hier aber sehr oft Copy and Paste gemacht. Der ist ein Zwerg. Den hole ich mir. Zwerg, Zwerg. Hab dich! Ich komme aus dem Westen, aus der Stadt Melmond. Nur mit Mühe konnte ich hierher fliehen. Die Stadt ist in einem grauenvollen Zustand. Die Erde modert vor sich hin. Und Monster überfallen in die Stadt und plündern unsere Häuser. Womit haben wir das nur verdient. Ja, ja. Der Seegang von Alt hier ist rau und gefährlich. Gebt Acht, dass ihr nicht von Ungeheuren und Monstern heimgesucht werdet. Dankeschön für deine hilfreiche Tipps. Geh weg da! Lol. Wie geil ist das denn? Ich hab ein Schiff. Ohhhh. What the fuck? Nee, da hab ich erst mal gemacht. Paralyse, wa? Ich hätte mir überdacht. Was ist denn das? Gaffa. Und Sahagi. Okay. Ha, alle getroffen. Und... Blitz! Was für Sound-Effekte das macht! Ich glaube, ich weiß auch, wo ich hin muss. Ich muss wahrscheinlich... Was schön hat der Match? Oben in diese Höhle! Ach, guck mal! So stark ist der Gaffa jetzt auch nicht! Ich will mal drum retten, dass ich da oben hin muss. Hm, naja. Aber gut. Bevor ich da oben hingehe... Achso. So steigt man wieder aus. Okay. Werde ich mir hier in Pravoka ausruhen. Und... Nein! Lass mich da durch! Werde ich... Verpiss dich! Dankeschön! Werde ich mich hier ausruhen. Und... Äh... Diese kleine Aufnahmerunde beenden. Mir gefällt das Spiel! Ich hoffe, diese ersten Parts gefallen euch auch! Ich hoffe, es ist für alle was dabei! Aber ich finde das nicht schlecht! Yeah! Unsere vier Helden finden das auch toll! Und ich... Ah, du blöder Arsch! Ich glaube, ich werde erstmal hier ein bisschen nachher... Oder... Was heißt nachher? Bis zum nächsten Mal ein bisschen Offscreen trainieren! Oh! Mal schauen! Vielleicht mache ich das vielleicht auch nicht mal! Bis dahin, Leute, würde ich sagen... Danke fürs Zuschauen! Und... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Final Fantasy 1! Ciao!